Mein Name ist Kurt Fluri, ich bin Stadtpräsident von Soledorn und Nationalrat seit 2003. Ich bin Präsident des Städtenverbandes Schweizerischen, weil man daran liegt, dass die unterste Ebene von unserem Staatsaufbau, nämlich Gemeinden weiterhin eine möglichst hohe Autonomie hat. Ich bin Präsident der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, weil man daran liegt, dass man trotz intensiver Bebauung die schönen Landschaften in der Schweiz erhalten kann. Das sind unter anderem die zwei Gründe, warum ich im Herbst wieder kandidiere. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme wieder geben könnt.